Mein Gott! Junger Mann! Ja, so warten Sie doch! Ich wollte nur den Weg zum Bürgermeisteramt wissen. Aber warum gleich die Flucht ergreifen? Und mir fast in den Wagen rennen? So ein hübscher Knabe wie Sie! Haben Sie sich was getan? Nein! Sie sind Vertreter? Stift! Bleistifte! Der Hochartikel! Erzbischöflich! Das klingt aber sehr fromm! Die weltlichen Dinge kommen dabei sicher zu kurz! Na, nein! Was macht ihr denn dort für Spielchen? Und wir spielen Ball und Fäulei auch! Du Knabe! Wollen wir uns in meinen Wagen setzen und ein bisschen Verstecken spielen? Na, nein! Da zahlst du wenig Platz! Es ist wie wenn wir in der Bösekammer fangen, lässt du es! Was ist, Pfarrerles? Da muss man ihm hinten reinspringen! Und wenn man ihn hat, dann muss der sein! Ich hab' nicht! Das geht nicht! Ich stand in der Bote! Und was ist Bote? Das ist dort, wo man einen nicht fangen darf! Wer lernt im Stift aber eigenartige Dinge? Also ich? Ich bin für das Weltliche! Als Geschäftsfrau würde mir Unschuld nur schaden! Internova Hotels International! Sagt Ihnen das etwas! Das Ambassador in Wien, das Eden in Kairo, das Luxor in Las Vegas, das Majestik in Paris, die große, weite Welt! Bereits dich! Nein! Die große, weite Welt! Die auch nicht! Da unten am See wird eine Hotelanlage entstehen! Eine neue Marktstrategie! Hinaus aufs Land! Rustikal! Aber first class! Das brauchen wir mit! Tennisplätze! Servanlage, Golfanlage, Wasserski, Fitnesscenter, Sauna! Massage! Das gefällt dir, was? Das gefällt dir, was? Leute, das ist nett gesund! Das lockert die Muskulatur! Im Gegenteil! Gegen Badekampf in Busch! Du bist ja ganz durcheinander! Du zitterst ja wie Espenlaub! Das ist Kälte! Komm, setzen wir uns in meinen Wagen! Ah, ah! Ich wohne gleich der Hand! Dann hast ja du die beste Aussicht auf den See und auf den Campingplatz! Also mich? Mich würde das wahnsinnig machen! Dieses ganze sittenlose Treiben direkt vor meiner Haustür! Mein Gott! Diese vielen nackten Leiber! Neckend kommen wir und nackend werden wir gehen! Wie recht du hast! Aber wo man schon einmal hier ist, als armer Erdenwurm, von Leidenschaft verzehrt, kennst du das Feuer, das aus der Tiefe kommt? Das Felgefeuer! Küss mich! Am jüngsten Tage wirst du! Jetzt! Und führe mich nicht... Küss mich! Oder ich werde es deinem Chef in Rom persönlich sagen, wie ungezogen du bist, wenn er wieder mal bei uns übernachtet wird! Denn sein ist die Kraft! Komm schon, du Mutano! Mama!